Oh! Ja klar, beide eh, ich hab' mal auf Wacht jetzt beim ersten Punkt! Alex, ich hab' eingetragen! Ja, ich bin auch schon dabei! So hat das von lieber Dominik! Ah, ich hab's gar nicht viel, wenn's mal wieder los ist! Also was, Deck bei Cassiopeia jetzt? Oh Gott! Ne, ich hab' den Xerath attackiert, fuck! Wohin, wir sind hier gefangen, ihr könnt hier nix machen! Ich hab' leider nicht genug Mana für meinen Weg! Ja, kam einfach nicht raus! I think we failed! BAM! Ich konnte da irgendeine Schwester schicken! Ich hab' den Team-Play! Ach, Team-Play wird doch überbewertet! Cool-Play! Okay, aber Team-Play! Boah, ich hasse Timo! Oh, Mann! Ich muss auch wieder hinter meinen Team-Mails verstecken, wie letztes Spiel! Den geht das! Aua! Aber wir haben sag' ich... Bestes Mal! Was deckt ihr jetzt bei Cassiopeia? Bestes Mal! Was deckt ihr jetzt bei Cassiopeia? Ich hab' immer noch keine Antwort bekommen! Wie? Musst du deutlich, das zur klaren Schwester! Und was mit den Vergiften so schaust! Irgendwie, wenn du ne Einheit killst, dann steckst dich da irgendwas mit deinem Gift und dann pack' den was weiß ich was! Ne, und wie mit Schaden durch Giftkanzes decken, und wie mit dem E-Treffen, ein Champion-Treffen, was deckt! Da noch um sowas! Wie gesagt, das ist irgendwie blöd, das geht schwer zu sagen, weil es... so komplizierter macht das! Ich muss das auch ein paar Mal durchlesen, wenn es irgendwo halbwegs zu merken! I hate it! Tore da drunter mehr! Ich wusste es! Ich wusste es! Knapp, Leute! Toll ich hätte... egal... Das ist blöd, meine halbe Passiv nützt mir in dem Modus gar nix! Was hier keine Träume gibt! Was hier keine Träume gibt! Ja, Moment! Moment! Wie geil ist das denn?! Ist das cool! Ich kenn doch den D-G-Sitz! Warte! Die sind... ...und die... ...und die Knapp! Wir haben es nicht... Machen! Wir haben es nicht in D-Aktion, das ist cool das Ding Timo ist tot, gut so bohr, ich will nämlich mal was jetzt mit dem Sticz up Ah, ich bin wieder zweiter Platz, warum auch immer. Oh Mann, im F ist er aufgestiegen. Töte Timo! Ist keiner hier oder was? Oh Mann. Timo gegen Timo, welch ein langweiliger Kampf. Ja, weil ganz klar ist Timo gewinnen. Ne, fahre ich, dass ich beide gegenseitig beleiden. Das ist auch ziemlich gämisch, oahhh. I'm so dead. Haha, ich wusste das. Timo ist traurig, aber hey, er Tingle pickt. Ich sag nur eins gegen neun, ne. Oh Gott, ich wusste das. Ich wusste das. Ich wusste das. Ich wusste das. Na toll. Verdammt, ich kann die Timo. Nein. Die Timo. Die Timo ist ein Lob. Mein letzter Spiel mit ihm ist viel besser. Mach bitte das Echo weg! Ich hab mich nur weg. Hm, ich hol' den Aufkuss der Zappler. Wir hatten ja eigentlich das Echo. Wer macht denn hier bitte das Echo? Ich hab die Zappler. Aber ich hab mich nur noch. Ich hab mich nicht mehr so, dass ich mich nicht mehr mache. Ich hab mich noch mehr zu Hause und ich hab mich nicht mehr an. Ich hab dich nicht mehr als Kinder, ich hab dich. Oh, ich hab mich nicht mehr genug. Ich hab dich nicht mehr an. Ah, verdammt! Und dann, ich folg grad noch mein E hin, zum hier Peck. Okay, ich seh halt, komm schon weg. war klar dass das jetzt wieder so sein wird das Spiel ist gar nicht für uns Spiel haben wir extrem verkackt, aber ich spiele dieses Spiel auch viel schlechter kann ich den noch verschieben? fuck boah macht ihnen schaden die rf wieso hat er immer nicht so wenig ehes? wieso hast du gerade nur so selten den E gemacht? weil ich ihn nicht öfter machen konnte was gefällt ne? ne du weißt schon wenn er sie vergiftet ist dann kannst du den ähm den spam du musst ein Ziel mit ordner Fähigkeit oder so von dir vergiften wenn du dann eh auf das Ziel machst dann kriegt er einen cooler von 0,5 Sekunden da um fokussieren sich alle Bafs die eigentlich hast du gefallt durch das Dix ist hauptsächlich auf die Nähe ich soll nicht weil das war krass gefallt weil es genau nicht hätte ich gesagt weg weg ich kann laufen das ist nicht wo was neu ist 3 die die sind und Keine Chance zu bespielen Oh, sie haben nicht ganz... ...dinger aufgespielen Ups Oh, danke, Dominik, Alter doch die Pilze entlang Gigi kein Spaß ist absolut vollkommen Na, nahezu eigentlich alle einfach nur komplett verkacken. Ich komm top, ich komm top, ich komm top! Nein! Schlampen. Mami! Jetzt müssen wir noch mal rücken. Mann! Wo die Wacken in der Haube? Wo sie sich ab? Oh, diese Pilze, wie ich die hasse! Wenn denn noch drücken, bis drücken Sie das. Ähhh... das in da ist er ziehen muss es ließen naja das Spiel verschütteln er hat geschickt mit aber wir alle in die mit 124 Punkten vorne auftsch siebenundzwanzig ja jetzt so viel haben dann so viel liegen die vorne vorne und die 195 ist gleich vorbei oh mein gott hey ich wollte es nicht reingelaufen ein gast stirbt dann war es das oder wenn die die Punkte und die holen sie gerade das war's GG ey du stirb nochmal